dem ganzen wasser jetzt abgelenkt was hier ist und wüsste nicht mehr also die höllenschmiede passt farblich nicht in das moderne haus echt gehabt aber ist doch so ja aber wir haben keine andere ikea hatte nur dieses modell ach jetzt hol doch mal nicht rum ja Also lebt damit ich lebe damit du fashion queen du Fashion queen Schlimm ist das hier schlimm schlimm Und sowas musst du zusammenarbeiten hier ist ja furchtbar Meine fresse ist also der wasserweg ist jetzt dadurch dass jetzt hier überall wasser ist noch schwieriger geworden als vorher Wessen tolle idee war das nochmal ach ja deine also der fahrstuhl war deine idee wo er stehen sollte war meine Was ist jetzt das schlimmere übel Bisher hatten wir immer sehr viel gute erfahrung mit den höllenexpress gemacht Aber du musst diese erfahrung ja irgendwie Total vernichten ich sag jetzt einfach mal mal ich habe auch damals die positionen bestimmt Was kann sein kann ich mich da nicht dran erinnern Solange du es nicht widerlegen kannst Ich könnte es widerlegen aber ich bin zu faul dafür Der fische Schlimm ist ich sehe auch so lange zeitlang nichts hier was ich hier mache Warum nicht Ja weil ich halt viel mit meinem messerchen hier Umher mich werfe in der hoffnung Irgendwas was unter mir ist dann irgendwie zu beseitigen um dann wiederum Nicht so viel schaden durch kreaturen zu bekommen Und das funktioniert auch Manchmal Aber ich sehe da halt nicht wo jetzt irgendwie Tolle luftbläschen gedönskuppeln sind Weißt du Gedöns Was machst du eigentlich gerade Ich folge dir Unauffällig Aber nicht immer in der nähe Der Weg ist aber auch bescheuert jetzt wirklich darunter einfach Käse Kann man nicht anders sagen weil es sind wirklich lange Wege unter Wasser Gut man kommt zwar noch hin Aber manchmal siehst du wirklich einfach nicht wo du bist Oh ja das meine ich Oh auch ein scheiß Meine Güte Hätte ich lernen müssen Plus glaube ich zum Schluss kannst du mir gar nicht folgen denn Hier solltest du ein bisschen in Lava tauchen Ja das habe ich schon so ähnlich befürchtet ich mache mir einen anderen Weg Ja sonst mache ich den hier größer Wahrscheinlich einen direkt durch die Lava Genau Hier ist wirklich so einmal eintauchen halt Um da rum zu kommen Oh ich bin jetzt auf jeden Fall in der Hölle angekommen Bei mir da auch so ein Stückchen weil ich werde hier aufgehalten von irgendwelchen Quallenviechern Nein kein Quallen fischen Quallen fischen? Quallen fischen Es dauert nur ein paar hunderttausend Stunden dann komme ich auch da unten an vielleicht Eventuell vielleicht auch lebend Ich könnte mal den Ich glaube ja nicht den neuen Herzcontainer auch mal benutzen Zack Ach shit Ach shit Was? Äh äh ich habe Falsschaden gefressen unnötig Und dein Lebensleist ist einfach mal rapide gesunken Ja 130 Ist ja schon doof Ist ja schon doof Muss ja zugeben ist schon irgendwie doof Äh das Problem ist jetzt habe ich gleich auch wieder folgendes Problem Ich baue mich jetzt so der Lava runter das funktioniert auch In dem Sinne dass ich äh nichts von oben abkriege nur folgendes Wenn jetzt hier gleich so ein scheiß impf spawnt oder sowas Dann hast du die Arschkarte Und der hier anfängt durch die Wände zu schießen dann kann ich da auch nicht äh entkommen Aber ich komme gerade dem Block näher Na immerhin Man muss ja auch mal die kleinen Freunde des Lebens dann irgendwie wertschätzen und so Da ist schon der Imp klasse Uh Der macht ja auch überhaupt keinen Damage Born hier rein los Shit Shit Born hier rein Shit Wo bin ich eigentlich? Hinten links Ne im Ernst Wo bin ich auf dem Map? Da nein das bist du Ach da Ich sehe das Kätzchen hier in den ganzen Sachen hier so schlecht Du scheiß Imp Gut Okay Ich habe keine Doch habe ich Ich habe keine Leuchtschäbchen mehr Oh Oh Das ist hier alles so nervenauftreibend gerade Nervenaufreibend Nervenaufreibend Also für mich Also für mich Ja die ganze Zeit diesen bescheuerten Imps auszuweichen und kein Damage zu kriegen ist jetzt auch nicht grad leicht für mich Sag's jetzt auch so Plus Plus muss ich immer darauf achten dass ich Habe ich nicht den Obsidian Trank mitgenommen vielleicht War ich nicht so schlau Nein Hallo das bist immer noch du Oh 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 Unsichtbarkeitstrank Wenn das für die Kreaturen zählt Dann kann ich hier in Ruhe abbauen Wenn das wird schien wenn ich wer Und Und man sieht einfach die Fische hier in der Duke halt nicht Okay ich bin schon wieder sichtbar das hat also nicht geholfen Ähm Folgendes Ja Man kriegt Damage wenn man das versucht abzubauen Ja wenn du dich drauf stellst Okay Kann ich mich nicht mehr daran erinnern Aber ich bin ja sicher ob ich es jetzt abbauen konnte oder nicht Keine Ahnung Ich muss gerade Sekunden abwarten um in den Haltrand trinken zu können Aber im Moment bin ich noch sicher Weil halt Nur im Moment Zum Glück ist alles andere gespawnt im Moment Also kein Imps Ich habe hier 1048 von allem anderem Vieh rumgeschwimmen Aber sonst geht es Jetzt lass doch mal schauen Hit Lava Es ist so verflucht schnell geht diese Anzeige Halt ne diese diese Immunitätsanzeige runter Das ist einfach zu zügig Aber ich bin mir nicht sicher ob ich das Zeug abbauen konnte Na jetzt komme ich auch fast in die Hölle an Nur fast Na kacke ich bin scheiße gesprungen und in der Lava geschmolzen Es ist doch nicht wahr Das ist doch zum Mäuse melken Ja wir haben ja kaum andere Optionen Wir brauchen ja auf jeden Fall bessere Skiers Sonst brauchen wir so nem Boss überhaupt nicht entgegenzutreten Ok für Höhlensteine brauchst du halt auch ne Nightmare Deathbringer Pickaxe jetzt auf einmal Yay toll Dann will ich aber wenigstens ein Buch Ich brauche ein fucking Buch Gib mir das shit Gib mir das zu mir End Mal kurz gucken Jaja Ok also mit äh Bomben kannst du alle Blöcke Zerstören außer Dungeon Ziegel Kobalterz Vitrilerz Adamantiterz Öllenstein Bevor man die Fleischwand besiegt hat Und Dämonenaltare Und jede Art von Kiste Eigentlich war es ein Pflösser und Mülleimer Na klasse Bedeutet Kamst du an diese Dämonensteine in äh Dem Crimson Ja Offen dran Nein Also die Dämonen Die Erze Nein Die Erze hab ich da noch gar nicht gesehen Nur das normale Gestein Und das kann ich ja nicht abbauen Äh Die Erze kann ich ja so abbauen Gibt es davon überhaupt Erze ist die Frage Ja nennt sich hier dann Crimson or oder sowas Denn ich muss doch an irgendeine Spitzacke rankommen Ja Wahrscheinlich erst wenn man halt den Boss besiegt Wahrscheinlich Vorher ist das wahrscheinlich auch gar nicht geplant Was natürlich auch irgendwie sinnlich ist Spitzhacken Ja weil Es ist wahrscheinlich so gedacht Dass halt schon irgendwie mit schlechter Rüstung dann natürlich auch die niedrigeren Bosse besiegst Nur ist halt schlecht wenn Man Expertenmodus eingeschaltet hat Habe ich niemals getan Nein nein Ja dann Sagt der und ist gestorben Lass es Nacht werden Und dann? Ich habe die Boss Items Such dir jeden Trank den du finden kannst und wir sind tot Ach du hast doch nicht alle Ja was sollst du sonst machen? Ich hab keine Ahnung Du musst ja irgendwie da und kriegen Du weißt schon ich hab die beschissensten Waffen für diesen Kampf Und was können wir denn bitteschön von von Cthulhus Auge da großartig quaften? Nichts Doch sie kriegen Dämonenerze Ja super können wir immer nur nichts machen weil uns dann die Schuppen fehlen Aber wir haben Dämonenerze Ja super Was gehen die Ideen aus? Ich weiß nicht was für Sätze man haben soll Eiftraum Spitzhacke Und Schattenschuppen Wo kriegen wir Schattenschuppen her? Von dem Boss Aus Crimson Von Ja der Weltenfresser Na ja aber von The Brain Hier steht Hier steht aber nichts von einem Crimson Ja weil Es gibt nicht mal ne Crimson Pickaxe hier Ja nennt sich da Keine Ahnung nicht Nightmare Sondern hat es vorhin vorgelesen Ja Albtraum Spitzhacke Aber Albtraum Spitzhacke ist Die aus normalem Devon Du hast vorhin noch ne andere vorgelesen Meinst du Todesbringerspitze? Ja genau Oh Okay Ein bisschen selber denken kannst du auch Nöö Nöö Hier Kuschel mit dem Hasen Ich merk das schon Ich hab extra zu dir geschickt Und da ist ein richtiger Hase Komm ich zeig dir den richtigen Hasen Hey man Also Wir haben keine Chance Wir haben absolut keine Chance We are doomed We are totally doomed Warte 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 Was können wir denn noch machen Was gibt es denn noch Waffen finden höchstens Waffen mit denen wir irgendwas besiegen können Wir können versuchen in den Dschungel Und dann Und dann Äh Was hatten wir denn im Dschungel Wir hatten aus dem Dschungel Hatten wir nicht irgendwelche Schwerter gemacht Die besser sind Um mehr Damage zu machen Die hatten wir dann aus Muramasa meine ich hergestellt Für irgendwas Aber auch erst im Hartmut meine ich Äh Dann sucht ihr doch was eigenes aus Es ist nacht Ich spawn jetzt ein Boss und fertig ist Ja mach das Mach doch was du willst Gut ich mach Kann ich überhaupt spawnen Geh nach Hause hier Brauch ich nicht nen Altar Nein du brauchst ne Nacht Noch ist es nicht nacht Achte auf die Musik Es ist voll nacht Achte auf die Musik Es ist doch du Ey man ey Jetzt achte mal auf die Musik Ja Boss time Ey finde ich nicht okay Wir haben auch Ist ja aufgefallen Die ganze Ebene die wir gemacht haben Um ja dem Boss zu entkommen Haben wir mit unserem Scheißhaus kaputt gemacht Nein Nein Ich will nach Hause Top Architekt sag ich dir Top Architekt Jetzt ist schon Nacht Nein Hast du keine Musik mehr an oder was Doch aber Es ist jetzt Nacht Nein Nein Musik hat nur eingesetzt Es ist jetzt Nacht Nein Es ist jetzt Nacht Nein Aber jetzt Weiß nicht Versuch doch mal Äh passiert nichts Denn dann ist es auch nicht Nacht Aber jetzt Nein Aber gleich Mach ja die Türen auf Hab ich Wir können auch noch nicht schnell laufen Ne wir können gar nicht Jetzt kannst du Do it Just do it You're doomed Du hast gesagt Do it Ach der ist aber klein Irgendwie hab ich die größere Erinnerung Aber der machte doch auch nix Außer einen immer ran chargen Ja Aber das ist schlimm genug Ach ja und die kleinen Augen hier Ich hab keine Mana trinke glaub ich mitgenommen Toll Ich hab generell nix Ich hab ein paar Heiltränke Könntest du mal wieder in meine Richtung mit ihm laufen Ja ich lauf ja Ich lauf ja Ich lauf ja Guck mal Da geht dort der Mitch Ja aber relativ wenig Tausend runter Das Problem ist aber Selbst wenn wir es schaffen sollten Den zu töten Haben wir immer noch nichts davon Doch bestimmt Nein wir haben nichts davon Bestimmt Ich hab kein Mana Ich bin zu langsam für den Scheiß Ich bin zu ein für den Scheiß Ich bin zu ein für den Scheiß Überlebst das aber ja Nein Nicht lange Oh das ist ein Lolli Das ist meiner Ich will den Lolli Fuck you Auge Ich will den Lolli Danke Hab doch mal in meiner Nähe mit dir Toll Ja komm doch einfach mit man Ey man ey komm mit Ja ey Ich lock hier das Auge weg ne Und du gehst einfach nicht hinterher Ja ja was soll denn das Ey man Ich muss doch einen Mana Ich bin fast tot ey Oh Phase 2 Ja du Was macht ihr die noch? Äh Anders anchargen Dass man aber eigentlich wenn man Speed drauf hat Vernünftig gut ausweichen kann Weißt du so? Ja so ungefähr Ich kann den überhaupt nicht ausweichen Kein bisschen Ich versuch den gerade von dir weg zu locken Halt ja Nein Eie scheiß Wow Das hat er früher nicht gemacht Das Expertenmodus Expertenfähigkeiten Da macht er das schon wieder Da Da Ich sitz hier jetzt und hab so ein bisschen so Fresse auf und denk mir so wow Ich hab kein Mana, komm gefälligst wieder her Alter ist der Respawner Hahahaha Hahahaha Ich bin da 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 Geh sterben Nimm ihn mir ab Spott Spott Also Hilfe raus Ich will ihn mehr Du hast den Scheiß gespawnt Du hast auf Experte geteilt Ich dachte wir schaffen den Scheiß Hahahaha Verarschen kann ich mich alleine Früher war es zu einfach weißt du selber Ich bin da Er ist wieder da Er ist wieder da Ich bin tot Chance genutzt um zu sterben Oh jetzt macht er das die ganze Zeit Überlebt gefährlich Das ist nicht einfach Überlebt Da liegt ein Mana Kuchen links Ich bin gar nicht tot Da liegt ein Mana Kuchen links Ich bin tot Okay du bist tot Er ist die Spawnden Der hatte gar nicht mehr so viel Oh Mensch wir sind zu langsam Man konnte überhaupt nicht ausweichen Und jetzt überlegt mal Ich hätte auch tolle Sicheln Das hilft nicht Doch das hilft Ja wir sind zu langsam Daran müssen wir halt auch arbeiten Aber Guck mal ich hab Wie viel 220 Mana Und konnte die Sicheln kaum einsetzen Weil du hast einen so einen großen Schuss Aber danach dauert so lange Bis du wieder full Mana hast Da halt ein bisschen passender einsetzen oder so Versterben wir zu schnell Weil der respawn zu lang dauert Da müssen wir halt etwas an unserer Geschwindigkeit tun Und An meinen Sicheln Gib mir Sicheln Ja wo die Sicheln An den Sicheln Alter ich überlebe dort nicht Außerdem hast du hier Ich überleb in Lava und ich nicht Aber die Spawnrate ist blöd Du bist blöd Außerdem der Weg nach unten ist blöd Du bist blöd Du hast den Weg zu scheiße gemacht mit dein scheiß auch Lass mal einfach links aufbuddeln Und damit den ganzen normalen Weg Einfach mal fluten Ja voll die tolle Idee Du hast es auch gut gefunden Nein Bis zum gewissen Punkt Nein Nein Bei Loli Aber weißt du was Wir werden jetzt die Türen verbarrikadieren Verraschen So Jetzt bringst du dich ins Haus Du hast den Urrat nach Haus gebracht Es ist deine Schuld Springe in deinen Tod Ist mir doch egal Ich mache jetzt hier eine Aufnahmepause Wir sehen uns in der nächsten Folge von Tyrannia Und dann gucken wir was wir da machen Ich habe keine Ahnung Also dann Bis denn Fliegt Sicheln Fliegt Tötet ihn Ich töte dich gleich Mein Scheiß ist das Also bis denn Bis dann Dsch